Fieber. The name of the peace is sterben. Das ist jetzt völlig egal. Das ist überhaupt nicht egal! Warum guck mich mal an, bitte? Es geht um Baba. Baba geht's schlecht. Es ist schön, dass du wieder da bist. Du wolltest immer mit deinem Vater sein. Aber ich habe das akzeptiert, weil du bist so anders als ich. Ich bin dir sehr ähnlich. Nein, Tom. Doch. Genauso kalt. Mein Bruder ist Dirigent. Auch. Genau. Wow. Es ist Babys da. Schade, dass es nicht dein Kind ist. Mama. Bist du zu werden bei deinen Eltern? Tom gehört auch hierher. Der ist auch Jesses Vater. In diesem Stück ist alles, was ich zu geben. Dieser abobiert mein Stück! Was sollst du eigentlich? Thorsten! Meine Frau ist schwanger. Ich frag mich, falls ich irgendwann mal verstehen werde, warum wir so sind, wie wir sind. Wir haben beide das absolute Gehör. Nee. Haben wir nicht? Nein. Komm inzwischen auf. noch mal verloren. Ready? Comment? Was ist das? Wie geht das?